Hallo und herzlich willkommen zu unserer Fortsetzung von unserem letzten Interview hier auf Jungle Drum Radio. Und zwar ein Interview mit dem Detektiv Barry Jünemann, den ich auch heute wieder hier begrüße. Hallo Barry. Hallo Josch. Es geht auch heute nochmal um das Attentat auf dem Boston Marathon. Während wir uns letztes Mal mit dem Tathergang beschäftigt haben, mit künstlichen Prothesen, mit Theaterblut und mit einigen Ungereimtheiten in der offiziellen Darstellung, wollen wir uns heute mal auf die angeblichen Täter, nämlich die Gebrüder Tsjanaev, konzentrieren. Schoch und Tamerlan Tsjanaev. Barry, du hast doch seit deinem letzten Interview noch ein bisschen weiter recherchiert, habe ich erfahren, und du hast auch tatsächlich was gefunden. Erzähl mal bitte. Ja Josch, jede Menge, würde ich jetzt spontan sagen. Vielleicht sollten wir es chronologisch so beginnen, dass wir von dem Ausgangspunkt, die Explosionen oder die Explosionen sind passiert, was passierte danach, dass man dort chronologisch ansetzt. Der FBI hatte natürlich die Zuschauer und auch im Internet dementsprechend sofort Fotos parat von möglichen mutmaßlichen Tätern und hat also anscheinend auch direkt irgendwo ein Ziel getroffen, nämlich indem dort sofort Fotos vom Jocha und vom Tamerlan veröffentlicht wurden. Kurios an der Stelle, dass das FBI oder auch die örtliche Polizei alle umliegenden Zuschauer und auch übers Internet dementsprechend verlauten hat lassen, dass man doch alle Fotos bei der Polizei abgeben sollte. Gott sei Dank wurden die also teilweise vorher ins Internet hochgestellt, weil so hat nämlich auch die Zuschauer die Möglichkeit, einmal A natürlich jetzt dementsprechend die Situation zu bewerten und womöglich auch festzustellen, dass es weitaus mehr mögliche mutmaßliche Täter gegeben haben muss, könnte, wie auch immer. Wenn man einfach mal davon ausgeht, wenn man den zerfetzten schwarzen Rucksack, der also die Bombe beinhalten sollte, gesehen hat, also ein schwarzer Rucksack mit weißem Futter und einem seltsamen weißen Emblem oben an der Kopfseite, da waren also doch mehrere mögliche Täter vorhanden, die dann dementsprechend als Täter infrage kämen und nicht unbedingt ein weiß-schwarzer Rucksack, so wie ihn zum Beispiel jetzt der Jocha getragen hat. Na gut, wir müssen mal beide Gebrüder getrennt betrachten. Der Tamerlan, der wurde ja festgenommen und zwar gibt es da Bilder, wo er splitterfasernackt dasteht. Die haben extra gepixelt wie die Teufel, damit die das Bild ins Netz stellen konnten. Und ja, seine Tante hat ihn, gibt es auch Aussagen, ihn mit hundertprozentiger Sicherheit in diesem Polizeiauto erkannt. Und kurz darauf findet man ihn tot auf der Straße, überfahren mit martialischen Wunden an der Seite. Anscheinend soll er von einem Polizeijeeb da nochmal überrollt worden sein, von seinem eigenen Bruder, der geflohen sei. Und er war außerdem mit Kugeln durchlöchert. Und der obduzierende Arzt, der hat sogar neben den vielen Schussverletzungen Schrapnellsplitter festgestellt. Also okay, was heißt das konkret? Darf ich da, bevor wir über Tod reden, noch etwas Überlebende sagen? Gerne, gerne. Ich würde eigentlich Liam gerne noch zwei Sätze zurückspulen. Nämlich zu diesem Moment, wo dem FBI oder der Polizei, der Bosnische Polizei, dementsprechend gesagt wurde, dass die Brüder oder die mutmaßlichen Attentäter sich wohl auf dem MIT-University-Geländer aufhalten würden. Und das Ganze also ungefähr zwei Tage nach der ganzen Aktion selber, also nach der Detonation etc. pp. Die dann sofort zum Universitätsgelände hingefahren sind und natürlich auch die Attentäter sofort angetroffen haben. Die ja dann ihrerseits wiederum sofort mit explosiv, ja, Granaten, selbstgebastelten Sticks oder was auch immer geworfen haben sollen und das Feuer eröffnet haben sollen etc. pp. Da möchte ich einfach mal Punkt sagen. Weil, wenn ich von den Aussagen ausgehe und ich sage, es war ja schon, es war glaube ich fünf nach zwölf, kurz vor eins, so die Kante rum, wo also wirklich, sagen wir mal, die Dunkelheit, wo die Nacht schon begonnen hat. Zeugenaussagen sagten da mehr oder minder, es begann mit einer Explosion und dann hörte man Schüsse. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn ich das als Puzzleteil mal ganz kurz nach links lege, jeder oder sagen wir mal viele, die sich mit dem amerikanischen Fernsehen auskennen, kennen diese typischen Verfolgungsjagden, sei es auf den Highways, sei es innerhalb der Urbanisation, also der Städte, wo sofort auf der einen Seite Fernsehteams vorhanden sind, weil das örtliche, lokale Fernsehen auch dem Polizeifunk angeschlossen ist und die also mit einem Ohr auf diesem Sender förmlich schlafen fast, auf der anderen Seite auch dementsprechende Hubschrauber sofort zum Einsatz kommen. Die erste Frage, die sich für mich stellt, war das, oder war die Explosion eventuell nur ein Wake-up-Call, dass die umliegende Nachbarschaft etwas hören sollte, aufmerksam gemacht werden sollte, weil, man konnte ja nichts sehen, es war ja dunkel, prompt ist natürlich auch ein Video aufgetaucht, wo dementsprechend ein, ja, wacher Nachbar die ganze Szenerie zumindest per Audio-File, sagen wir mal, aufnehmen konnte und man hörte also Schüsse. Auch diese Schüsse, muss ich sagen, klingen also nicht wie ein Schusswechsel, sondern ich sag's mal ganz salopp, als ob man ein paar Mal in die Luft geschossen hatte, um ein Szenarium erklären zu können. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass auf der einen Seite, jetzt gibt's ja auch schon wieder mehrere Fassungen, auf der einen Seite gab es einen Schusswechsel, dabei soll ja auch ein Polizist ums Leben gekommen sein, aber auch der Tamalan soll angeschossen oder stark angeschossen worden sein, dann ist also der Jocha wohl mit dem Wagen wie auch immer geflüchtet und angeblich noch über den Bruder drüber gefahren. Dann gibt's also, die Frage stellt sich für mich natürlich sowieso, warum wurde zum Beispiel nicht hier, wie auch später beim Jocha, sofort ein Helikopter eingesetzt, der ausgerüstet mit einer Flir-Kamera, also mit einer Wärmebild-Kamera, sagen wir mal, die Verdächtigen hätten sofort ausmachen können, man hätte Reizgas werfen können, die Leute im Prinzip oder die Täter, die Verdächtigen, wie auch immer, lahmlegen können, also man muss also da kein Shootout machen, der der Schießerei am OK Corral irgendwo da gleich kommt. Jetzt kommen die nächsten Geschichten, dann taucht mit einmal ein Video, ein Polizeivideo, so wie es aussieht, auf, wonach man jetzt einen entkleideten Mann sieht. Und wie du schon richtig sagtest, die Tante vom Jocha sagte also ganz klar, sie hätte dort den Tamerlan erkannt. Jetzt frage ich mich, wenn der also schon mehr oder minder erschossen war und auch schon vom Wagen überrollt wurde, der muss halt irgendwie überlebt haben, weil auf dem Video sieht er nämlich relativ fit aus. Dann erfährt man aber wiederum nichts, sondern man bekommt also ein Foto aus der Pathologie oder aus der pathologischen Abteilung, wo man also einen durchlöcherten und malträtierten Körper sieht, der also, sagen wir mal, jetzt den Tamerlan darstellen soll. Und wenn ich mir auch da die Wunden ansehe, komme ich also mit den Schutzwunden auf der einen Seite noch klar. Ich erkanne also doch keine Schürf- oder Reiß- oder Quetschwunden oder Presswunden oder Verletzungen erkennen, die, sagen wir mal, es rechtfertigen, dass er von seinem Bruder überfahren wurde. Im Gegenteil sehe ich also eine Riesenwunde, die also auf seiner linken Seite unterhalb der kurzen Rippen, sagen wir mal, klafft, die ich mir persönlich nicht erklären kann. Da sollte man Pathologe drauf gucken. Ja, und dann eben diese Schrapnell-Verletzungen, von denen der obduzierende Arzt gesprochen hat. Schrapnell, kurz zur Erklärung, das sind Bombensplitter von Splitterbomben. Und dieser Tote, der muss also von denen überall sät gewesen sein. Ja, hat er neben seiner eigenen Bombe gewartet, ob sie auch funktioniert und ist dann trotzdem noch losgelaufen. Das klingt alles sehr komisch. Richtig, 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 richtig. Es ist ja auch die Situation, wenn wir jetzt weitergehen, in dem Augenblick begann also dann, oder gut, ich will noch einen Satz vorwegnehmen. Es war natürlich, sagen wir mal, sofort auch, sagen wir mal, die Möglichkeit da, Zeugen zu vernehmen. Ich erinnere mich da an ein Interview mit einem älteren Herrn, 64 Jahre und vom Beruf Zahnarzt. Woher ich das weiß, weil die Reporterin natürlich über die, oder um die Reputation des Zeugen, ja, auch, ne, gewahr war in dem Augenblick, wo es also dann hieß, unser Zeuge ist glaubhaft. Der ist ja immerhin Zahnarzt und der hat ein seriöses Alter. Und dementsprechend wird das auch stimmen, was er sagte. Nämlich halt, wie gesagt, es war dunkel, man konnte nichts hören, man konnte nichts sehen, es war eine Explosion und so weiter und so weiter. Gut, das nur noch mal am Rande. Jetzt werden also auch schon reputierliche Zeugen, sagen wir mal, irgendwo vorgeführt, wo man also, wo das Fernsehen eigentlich schon sagt, die Mainstream-Medien, bitte liebe Zuschauer, ihr könnt uns wirklich glauben, guck mal, ne, hier ist also keiner, der ist arbeitslos oder was auch immer, sondern das ist ein Zahnarzt, dem muss man glauben. So, dann begann im Prinzip ja die Flucht des Joha und halb Boston, später ganz Boston, wurde abgeriegelt, wo man sagt, das Spiel hieß ja schon 10.000 zu 1, Nämlich die Autoritätsgewalten waren, glaube ich, bei zwischen 9.000 oder 10.000 Mann gegen einen flüchtenden Joha. Irgendwann war es halt dann die Situation, dass man sagt, okay, man hatte also da Vermutungen, dass er wohl in einem Viertel in Watertown sein sollte. Und ja, dann kam mit einmal ein sehr, sehr suspektes Video ins Netz. Was sagen wir mal, einmal, also wie gesagt, der Joha wurde gestellt, es begann eine Schießerei und so weiter und so weiter und angeblich wurde er gefasst. Und dann, wie gesagt, das Video. Und da war halt die Situation, dass dort mit einmal ein Helikopter mit einer FLIR-Kamera, also mit einer Wärmebildkamera, das Boot gezeigt hat. Jetzt stellt sich für mich natürlich erstmal generell die Frage, wer wusste denn so genau oder woher wusste man so genau, dass dort wirklich der Joha in diesem Boot lag? Und das soll ja der Besitzer von dem Boot gesehen haben. Der hat irgendwie Blutspuren entdeckt, hieß es, ist dann zum Boot, hat mal unter die Plane, unter die Parsennen geguckt und hat da jemanden gesehen und ist dann zum Telefon und hat die Polizei angerufen. Würde er sich nochmal überlegen, ob er das nochmal macht, denn das hat ihn definitiv ein Boot gekostet. Und einmal das, auf der anderen Seite ist natürlich eine tolle Story, auf der anderen Seite hätte es genauso gut, ich sage jetzt mal ein Obdachloser sein können, der sich an eine Dose geschnitten hat und wollte da einfach nur übernachten. Zum Zweiten, seit wann wird auf jemanden geschossen, der, sagen wir mal, jetzt nicht im Sinne des, ich muss mich wehren, sagen wir mal, schießt und ich schieße dann in dem Augenblick zurück, sondern da war ja gar keine Reaktion. Und auf dem Wärmebild-Video sieht man also ganz deutlich, dass dort wohl ein Körper regungslos gelegen hat, also da war also von irgendwelchen Aktivitäten überhaupt nicht die Spur. Und dann schlugen nacheinander vier Schrapnellgeschosse ein in das Boot. Und das ist für mich eine Situation, wo ich sagen muss, Moment, ohne kommen sie jetzt da raus oder wir schießen oder wir tun, wir machen ohne Gerichtsverhandlung, ohne genau zu wissen, okay, oder ohne genau vorher zu identifizieren, ist das überhaupt, wird da mal eben viermal auf dem Boot geschossen. So, und dann kommt die Situation, wo man auf der einen Seite, ja, ich sag mal, kaum, es existiert auch nur ein Foto im Internet, wo man also kaum Blutspuren sieht, bis auf so ein, also ein bisschen, würde ich mal sagen, am Rande des Bootes, da ist ein kleiner Blutfleck und so weiter und so weiter. Wenig später sieht man aber ein Foto, wo er also dementsprechend da, ja, zusammengeschossen und er soll sich dann auch nochmal in den Hals geschossen haben, etc. Also, das Ganze müsste blutüberströmt gewesen sein, dass der überhaupt noch da aus dem Boot steigen konnte, war für mich die Frage. Die nächste Frage, in dem Augenblick, wenn sich jemand mit einer Waffe in den Hals schießt, ich möchte also gerne mit einem Pathologen darüber reden, in welchem Winkel man da schießen muss, dass man nicht den Kopf trifft, nämlich, dass der Kopf im Prinzip zerplatzt, ich weiß es nicht. Ja, es gab noch mehr Ungereimtheiten, gerade das mit dem, also zum einen, dass eben das ganze Boot sauber war, der soll stundenlang Verletzer drin geblieben haben und dann hätte man natürlich auf diesem weißen Bootsboden da Blutspuren gesehen, da gab es aber keine, kann jeder selber sich raussuchen bei Google Bildersuche, gibt bitte ein, Boston, Bombe, Boot, ja, dreimal B und dann kriegt ihr garantiert dieses Boot irgendwo rein. So, ein weiterer Punkt war, ja, ich bin nun Heilpraktiker und kenne mich ein bisschen mit der Anatomie aus. Wenn sich jemand in den Hals von vorne schießt, dann trifft er entweder seinen Kopf, also dass ihm das Gehirn auf gut Deutsch zur Schädeldecke rausspritzt, oder aber er hält tiefer, dann trifft er seine Halswirbelsäule, da sitzt sein Herz-Kreislauf- und Atemzentrum, die Medulla oblongata, und außerdem ist dort seine Halswirbelsäule, beides durchtrennt, bist du sofort tot. Hätte er ein bisschen zur Seite gehalten, hätte er eine seiner Halsschlagadern erwischt, und zwar entweder die innere Karotis oder die äußere Karotis. Also auf jeden Fall wäre er tot gewesen. Es gibt nur eine Möglichkeit, in den Hals zu schießen, ohne tot zu sein, und das ist von der Seite. Und jemand, der sich umbringen will, der schießt nicht von der Seite in seinen Hals, so dämlich ist der nicht. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass die auf ihn geschossen haben, dass sie ihn auch kräftig angetötet haben, aber gerade so, dass er es noch überlebt, damit sie den lebenden Zeugen präsentieren können, entschuldigen, aber eben so, dass er auch selber keine Aussage mehr machen kann. Auffallend ist auch, dass er sofort völlig isoliert wurde von der Öffentlichkeit. Kein Anwalt, niemand darf mit ihm sprechen, und das spricht auch von meiner Meinung nach dafür, dass er im Grunde unbewaffnet mit erhobenen Händen aus dem Boot ausgestiegen ist, und dann haben sie ihn einfach abgeknallt. Man sieht es ja auch deutlich auf dem Foto, wo er gerade im Begriff ist, aus dem Boot zu steigen, und ich sag mal, hätte es überhaupt so weit kommen müssen, weil inzwischen gibt es ja weitere Videos, und sogar ein Video, ein Privatvideo, wo man die erste Schießerei im MIT Campus quasi ahnen kann und etwas hört, wo er auch ruft, chill out, chill out, we give up, we give up, und auch da sagt er, wir waren es nicht. So, in dem Augenblick, wenn da jemand schon aus seiner Verzweiflung heraus der Polizei entgegenschreit, beruhigt euch, beruhigt euch, wir geben auf, wir geben auf, wir waren es nicht, und so weiter, und so weiter. Also ich glaube kaum, dass die weiter schießen würden, die würden die Waffe wegwerfen, die würden sich auf den Boden packen oder Hände auf den Kopf, was auch immer, aber alles, aber nicht unbedingt flüchten. Während die Polizei nonstop weiter gepfeffert hat auf diesem Video. Absolut, absolut, davon muss ich einfach ausgehen. Und sagen wir mal, passend zu diesem Video, dass der Jocha im Prinzip da gerufen hat, we give up, we give up, chill out, und wir waren es nicht, und so weiter, und so weiter, passt ja auch zu dem anderen Video, wo man nämlich dann den entkleideten Tamerlan sieht, wie der abgeführt wird. Die Sachen, die man, sagen wir mal, mit eigenen Augen, mit eigenen Ohren sich ansehen und anhören kann, passen, nur die späteren Erklärungen quasi der Bosner Polizei, passt nicht. Ja, und dann gibt es noch so ein richtig blödes Bild im Netz. Da sieht man nämlich den Jocha, wie er von der Explosion wegläuft, man sieht noch den Rauch von der Explosion, und er hat seinen Rucksack auf dem Rücken. Also, wo hat er die Bombe gehabt? Ja, ich habe mir hier Lesezeichen gesetzt und habe gerade das Foto vor mir. Da gibt es ein gutes YouTube-Video, wo also auch ein User genau dieses Foto mal unter die Lupe genommen hat. Und also, wenn da schon gephotoshoppt wird, dann sollen sich doch ein bisschen Mühe geben. Und ich sage mal, auch so ein Grafikdesigner, wer auch immer da jetzt nur am Berg war, der wird sich auch ein bisschen mit der Anatomie auskennen. Aber wenn ich jetzt derartig billig, muss ich sagen, den Ellenbogen und den Unterarm, also quasi jetzt den Winkel des Arms, einfach rauskopiere und den einfach weiter nach hinten schiebe, dass der also fast eine anderthalb Mal so lange einen Arm bekommt, sorry, kann keiner mehr kaufen, sage ich. Und auf einem anderen Foto, wie gesagt, was also ganz, ganz interessant ist, was ja angeblich von einem Privatmann, der dort mit teilgenommen hat, am Marathon mit seinem Smartphone aufgenommen wurde. Was man allerdings nicht bedacht hat, dass er hält also auch sein iPhone noch oder sein Smartphone je nachdem in die Kamera. Und man kann da das Bild ein bisschen erkennen. Auch das kann man heutzutage vergrößern. Und kurioserweise sieht man dort, sagen wir mal, dort, wo der Rückenansatz ist, ja weiße Pixel, die da nicht hingehören. Und da sieht man also ganz deutlich, da wurde gephotoshoppt, da ist einfach stümperhaft gearbeitet worden. Und sorry, Johar hatte seinen Rucksack, als er den Platz der Explosion da verlassen hat. Insofern frage ich mich, ja. Wer seinen Rucksack allerdings nicht mehr drauf hatte, das war ein Mitarbeiter von einer Söldner Firma. Die wurden nämlich auch gefilmt. Es gibt Söldnerfirmen wie Blackwater, Spätaxi-Service oder heute Academy genannt. Die sind in Afghanistan und im Irak unterwegs gewesen, um Soldaten zu ersetzen. Haben dort also im Grunde Kriegshandwerk ausgeführt. Wurden dafür bezahlt und mussten dann eben nicht mit Staatsähren begraben werden, wenn sie mal gefallen sind. Deswegen liebt die US-Regierung solche privaten Firmen. Es gibt auch noch eine andere Firma, die sowas macht. Die heißen Kraft und beide haben eben ein Logo, das ist so ein Totenkopf, der Punisher. Und jetzt muss man davon ausgehen, dieser eine Mitarbeiter, der hatte seinen Rucksack nicht mehr auf. Und dieser Rucksack sah genau so aus, wie einer von den beiden zerfetzten Restbomben-Rucksäcken, so muss man sagen. Also das ist sehr, sehr auffallend. Ja, absolut, absolut, ja, 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 ja. Also ich sag mal, da ist auch eine Situation, man sieht auch, es wird ja inzwischen, ich versuche gerade mal den Reiter bei mir zu finden, weil die Medien stürzen sich ja schon, sagen wir mal, ein Stück weiter ins Getümmel. Nämlich, dass es dort jetzt nicht nur, also die Täter, nicht nur die beiden Chenhaif-Brüder gewesen sein sollen, sondern jetzt sind ja drei weitere inhaftiert. Das soll also drei Studenten sein. Einmal der junge Tashachyakov, dann der Kadibayev und Philippos. Das sind auch, ich sag mal, Jungs um die 19 oder 20 Jahre alt, wo man also auch eventuelle Zusammenhänge sucht. Und das geht auch schon durch die Medien bei Fox News live, dass also dementsprechend, sagen wir mal, die Bombe womöglich mit einem, wie sagt man, mit einer Fernsteuerung, die man normalerweise für diese ferngelenkten Autos nimmt, dementsprechend gezündet wurde. Und dass also der mögliche Auslöser, sagen wir mal, sogar noch in der Nähe war und muss also das Spektakel gesehen haben. Und jetzt erinnere ich mal an ein Foto, was mir noch sehr gut im Kopf ist. Nämlich, da sieht man wiederum einen Craft International Söldner, weil es ist ja eine private Söldnertruppe. Der also einen relativ großen Sender in der Hand hat, würde passen. Nun hat ja der Autor und Herausgeber vom Kompakt-Magazin, Jürgen Elsässer, Herr Elsässer, Sie schulden uns den Dank, Kompakt-Magazin, der hat nun eigentlich auch sehr richtig festgestellt, dass da was nicht stimmt, dass das beides Tichyen war. Wäre das eine Forz-Fleck gewesen, dann hätten sie einen Iraner beschuldigt oder einen Koreaner oder noch besser einen Araber, dass es den Syrern in die Schuhe schieben können. Notfalls auch einen faschistoiden Amerikaner, um die Waffenkontrollgesetze verschärfen zu können. Aber ausgerechnet zwei Tichyen, das passt nun gar nicht. Im Gegenteil, das spielt ja sogar Väterchen Putin in die Hand. Denn der hat ja im Grunde genommen immer prophezeit, man müsste sich gegen den islamistischen Terror mehr zur Wehr setzen. Und da wurde für immer Getriebs von den USA, gerade was Tichyenien betrifft. Und jetzt kriegt er auf einmal diesen Freipass. Den hat er natürlich genutzt. Der ist sofort eilenden Fußes ins russische Staatsfernsehen geeilt. Und hat dann dort also bekannt gegeben, ja, er stimmt da den USA zu. Dieser islamistische Terrorismus, der sei nun wirklich sehr gefährlich und da müsste man mehr tun. Wobei man an der Stelle nochmal erwähnen muss, dieser extreme Islamismus, der ist eigentlich gar kein Kind des Islam, sondern ein Kind der Londoner Börse sozusagen, der London Street oder der Wall Street. Die haben damals vor etwa 100 Jahren im Grunde genommen diesen Islamismus überhaupt erst aufgebaut, um dadurch den Islam besser kontrollieren zu können. So, das habe ich losgekriegt. Und dann gibt es aber noch einen weiteren Hintergrund, nämlich, dass die beiden Tchanalias vielleicht doch in der Tat eine Terrorismusausbildung bekommen haben, aber nicht von irgendwelchen Islamisten, sondern von der CIA. In der russischen Zeitung des Westjahres, da steht nämlich, dass der Tamerlan Januar bis Juli 2012 an Seminaren des sogenannten Kaukasus-Found in Georgien teilgenommen haben soll. Und das ist eine Gruppe, die sehr nahe der Jamestown Foundation steht und die ist wiederum CIA gesteuert. Vielleicht weißt du da noch was. Gut, ich sage mal, es muss natürlich eine gesamte Background-Story, soll ich jetzt sagen, gebastelt werden. Das heißt, wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, die ersten Punkte nimmt, dass man also sagt, gut, da ruft jemand, wir waren es nicht, wir waren es nicht und wir geben auf und so weiter und so weiter. Die werden festgenommen, dann werden die abgeschossen. Dann sieht man im Prinzip Leichen, die vorher noch irgendwo lebendig waren, dann sieht man das Blut und so weiter und so weiter. Dann frage ich mich, was soll im Nachhinein noch diese Background-Story? Das heißt, ist es für mich eigentlich nur eine gewisse Alibi-Funktion, wo man, die Amerikaner sprechen immer so schön von, dass da die Patsys gesucht werden, also sprich, die Sündenböcke gesucht werden. Natürlich kann es da mögliche Verbindungen gegeben haben, wobei ich aber mal davon ausgehe, dass eventuell selbst, wenn Tamerlan, sagen wir mal, bei dieser Schulung war oder auch Jocha, sagen wir mal, über seinen Bruder in diese Thematiken involviert waren, die aber mit Sicherheit nicht wussten, wofür sie später einmal ge- oder benutzt werden sollten. Gut, wir kommen zu dem Polizeichef. Der Polizeichef, das ist ja eigentlich eine Nummer für sich. Der Bostoner Polizeichef, ein gewisser Ed Davis, der hat sich eine kleine freudsche Fehlleistung erlaubt. Die Theorie von Sigmund Freud, die besagt, dass ein Mensch manchmal versehentlich etwas sagt, was er eigentlich gar nicht sagen wollte, weil er es in Wirklichkeit gerne gesagt hätte. Beispiel, die Frau Merkel, die hat ihren CDU-Rivalen, den Roland Koch, mal in der Rede versehentlich als Roland Kotz bezeichnet. Oder der Pressesprecher von unserem Von und zu Guttenberg, der meinte dann auf diese Plagiatsgeschichte angesprochen, nein, also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese Doktorarbeit kein Plagiat ist. Ja, nimm den aktuellsten Fall, da ist George Bush interviewt worden und er hätte, also auch mit seiner Frau nebenan, er hätte fast Conspiracy gesagt. Beim Consp, wie gesagt, konnte er sich im Prinzip noch fangen und hat also dann dementsprechend gesagt, von wegen Attentat, Plot und so weiter und so weiter. Also auch da wäre ihm fast ein Conspiracy, also Verschwörung rausgerutscht. Ja, und seine Frau hat ihn dann nochmal vorwurfsvoll angeguckt, dann hat er es kapiert. Naja, gut. Dieser Ed Davis, wie gesagt, dieser Bostoner Polizeichef, der hat versehentlich von V-Spielern gesprochen. Hier haben wir mal die Tonaufnahme, die spielen wir dann gleich mal ein. So, how confident can you be that they don't have more explosives still out there, sir? We cannot be positive, but we're confident that these were the two actors. So, ja, der wurde gefragt von einem Reporter, wie sicher können sie sein, wurde er gefragt, dass sie nicht noch weitere Bomben gelegt haben. Und daraufhin meinte dieser Herr Davis, wir können nicht sicher sein, aber wir sind zuversichtlich, dass dies die beiden Darsteller, die beiden Individuen waren, die diese Mission durchgeführt haben. Darsteller, das heißt Schauspieler. Was hältst du davon? Ja, Gott, ich sag mal, wie du schon erzählt hast, das war so ein sogenannter Freudscher Versprecher. Und es ist eigentlich, man redet, wenn man gefragt wird, meistens in diese Richtung, dass man die Geschichte, die man konstruieren will, da denkt man genau drüber nach, über die Tatsachen, die sprudelt man raus. Und so entstehen diese Freudscher Versprecher. Das heißt, er hatte also Actors, sprich Schauspieler, Darsteller, hatte er im Kopf, für ihn ist es ein Fakt. So, und in dem Augenblick ist sie ihm einfach rausgerutscht. Also es zeigt, was er, sagen wir mal, im Kopf hat, wie sein Satz wirklich aussah. Ja, und es wäre ja nicht das erste Mal, dass bei so einer Ford's Flag Operation mal V-Spieler zum Einsatz kommen. Manche, die tauchen immer wieder auf. Zum Beispiel gab es damals beim Libyen-Massaker einen, der tauchte mal als Freiheitskämpfer auf in irgendwelchen Straßen, dann als Verwundeter im Lazarett. Dann hat er wieder von der Front berichtet. Und ja, Perry, erzähl mal, du hast da auch irgendwo Parallelen gefunden. Ja, also ich nehme einfach nur die gravierendste raus. Und zwar gibt es also da eine junge Frau, sagen wir mal mittleren Alters, dunkelhaarig mit Sonnenbrille, die also einmal die Freundin war von dem Schützen beim Sandy Hook, bei der Sandy Hook Schießerei 2012. Die gleiche Frau war gleichzeitig Augenzeugen quasi der Bombenexplosion beim Boston Marathon. Und dann, wie gesagt, trat sie also nochmal auf als Augenzeugin bei der Schießerei in Watertown. Also ich glaube, da ist es schon eine Serienschauspielerin. Naja, die lebt eben davon, ne? Ist so. Ist ihr gutes Recht, ist legitim, klar. Ja, ja. Naja gut, ob es legitim ist, das sei mal dahingestellt. Ich denke, wir haben jetzt schon wieder eine ganze Menge gutes neues Material hier öffentlich gemacht. Vielleicht gibt es noch was, was ich übersehen habe, Perry. Vielleicht gibt es noch was, was du rausgefunden hast, was ich jetzt nicht angesprochen habe. Also ich möchte mal, ich habe so zwei, drei Punkte jetzt vielleicht aus der Chronologie mal rausgerissen, die ich aber trotzdem erwähnen möchte. Zum Beispiel findet man auf meiner Facebook-Seite ein Foto in Form einer Gegenüberstellung, ja, mal so gesagt. Und zwar sieht man einmal die mutmaßliche Leiche vom Tamerlan Chaneyev und auf der anderen Seite ein Foto, was den Jocha zeigen soll, quasi auf dem, ja, Operationstisch. Da waren jetzt natürlich auch viele Mutmaßungen, das ist doch der gleiche, da ist irgendwas gefakt oder wie auch immer oder was auch immer und so weiter und so weiter. Aufgrund dessen habe ich mir die Mühe gemacht, habe versucht, beide proportional gleich zu bringen und auch dementsprechend die beiden Bilder mal gegenzuhalten. Und ein mulmiges Gefühl in meiner Bauchgegend sagte mir immer mehr, irgendwas stimmt mit dem Foto nicht. Also der machte mir jetzt nicht unbedingt einen narkotisierten Eindruck, weil wenn also jemand narkotisiert ist und operiert wird, dann werden die Augen zugeklebt. Der hat entsprechende Teils Drainagen, der hat noch irgendwelche Sauerstoffschläuche, was auch immer. Hier sieht man aber ein Foto, ich muss es mal so sagen, was, ja, anmutet, als ob der Jocha schon, ja, bereits tot ist. Dann habe ich mir die Wunden einmal angesehen, die er im Gesicht hat und auch das, was also diese vermeintliche Schusswunde sein soll am Hals. Man sieht also irgendwo direkt im Kehlkopfbereich. Und ja, wenn ich mir die Wunde ansehe und ich ziehe das Bild mal ein bisschen größer, dann würde ich fast sagen, ist die kleiner gemacht worden. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass also jemand da mit einem, ja, mit einem extrem großen Messer, sagen wir mal, jemand die Kehle durchgeschnitten hat oder was auch immer. Aber die Wunde sieht mir sehr suspekt aus. Das wäre also ein Punkt, den man also mal, vielleicht genauer, vielleicht mal jemand, der medizinisch da bewandert ist. Es ist alles aber keine Einschusswunde. Es ist auch kein Streifschuss. Es sieht also aus wie eine Schnittwunde, aber vom, ja, vom Fototechnischen her so, als ob die kleiner gemacht wurde. Und genau da der Ansatz, ich sag mal, wie so in alten Zeiten Jack the Ripper wahrscheinlich jemand die Kehle durchtrennt hätte. Und dann ist es noch ganz interessant, die mehr oder minder neueste Nachricht ist ja nun, dass Jeff Borman wieder aus dem Hospital raus ist und das Ganze nach 19 Tagen. Er hat also auch schon beim Bostoner Eishockey-Spiel der Bruins wohl auf dem Eis der Menschenmenge zugejubelt. Und, ja, also wenn man da seine Stümpfe sieht, dann frage ich mich, nach 19 Tagen, die sehen sowas von abgeheilt aus, sowas von schon gepflegt, dass ich mir also wieder die Mühe gemacht habe und wieder bei ottobock.com nachgesehen habe und dann nachgeguckt habe, wie lange dauert eigentlich so eine Wundheilung, wie lange dauert so eine Wundbehandlung, wie, was ist notwendig, um, sagen wir mal, Stümpfe, wie es ja zum Beispiel bei den Beinen ist, sagen wir mal, auf eine mögliche zukünftige Prothese vorzubereiten. Und dort konnte ich also lesen, von Medizinern im Prinzip, jetzt nicht von irgendeiner Bostoner Polizei oder von einem Mainstream-Journalisten, dass also eine, bei einer Amputation, da wird immer von einem Bein geredet, wie gesagt, unser Jeff Borman hat ja direkt beide Beine verloren, dass also die einfache Wundheilung mindestens drei bis vier Wochen dauert, die gesamte Geschichte natürlich sogar noch länger ist, bis das innere Gewebe verheilt ist, dass zum Beispiel auch sich im Stumpfgewebe Ödeme bilden, das heißt, die Stümpfe natürlich logischerweise auch erst dick werden etc. pp. Also das Foto, was man also im Internet sehen kann, dass er nach 19 Tagen raus ist, sorry, kaufe ich es nicht für eine Minute. Otto Bock, das ist eine Firma, die Prothesen herstellt für Leute, die durch Amputation Gliedmaßen verloren haben. Und da müssen die natürlich auch um das medizinische Drumherum ein bisschen Bescheid wissen. Ja, natürlich. Herrlich, wieder viele schöne, frische, taufrische Widersprüche aufgetrieben hier. Und die Resultate folgen ja auch auf dem Fuße, weil wenn man sich mal ansieht, was jetzt, sagen wir mal, in den USA los ist, da gibt es also Internetseiten, wo dann Nachrichten rüberkommen, wie neues Gesetz, Kalifornien nimmt gefährlichen Personen Waffen weg. Klar, jetzt hat man natürlich freien Zugriff. Es gibt demnächst, oder die ist, glaube ich, sogar schon jetzt ins Leben gerufen, eine Hotline in Florida, wonach also Menschen denunziert werden können, die dann angeblich gegen die Regierung sprechen, weiter, dass die USA in der Wüste ein riesen Giga-Spionagezentrum bauen wollen oder schon mit dabei sind. Und auch jetzt, dass die USA dementsprechend den Geheimdiensten, die Überwachung der finanziellen Angelegenheiten aller Bürger gestatten und so weiter. Das heißt, es sickern jetzt immer mehr massive Kontrollinstrumente durch, wo man einfach sagt, naja gut, das eine war die Ablenkung, das wurde in dem Augenblick in die Wege geleitet und jetzt werden die Zügel angezogen. Ja, und dann welcome NWO. Ja, also sagen wir es so, den Punkt eins, dass gefährliche Personen entwaffnet werden sollen, das kann ich nicht so richtig glauben. Die werden ja nicht ihre Polizei entwaffnen, da wären sie ja schön blöd. Naja gut, dann wären wir für heute eigentlich schon soweit durch mit unserem Interview. Das wird auch noch folgen und wie ich hoffe auch noch viele weitere. Beim nächsten, da geht es dann um Know-how, also was Recherche und investigative Ermittlungen betrifft. Wie kriegen wir es raus, wenn andere es nicht wollen? Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe dir auch, Barry. Vielleicht geben wir den Zuhörern, muss man sagen, eine kleine Hausaufgabe. Und zwar, der Jeff Borman hatte doch zum Beispiel gesagt, dass er dem Attentäter in die Augen gesehen hat. Also muss im Prinzip ja nun entweder der Tamerlan oder der Jocha unmittelbar neben ihm gestanden haben. Wie auch immer. Soll man doch mal schauen, ob man nicht irgendwo ein Foto findet, wo man den Jeff Borman neben Jocha oder neben Tamerlan stehen sieht. Ja, gute Idee. Es wird eine Neverending Story, aber es wäre zumindest mal ein Ansatz, dass man da mal nachgucken könnte. Wenn sich jemand die Mühe macht, wir wären ihm dankbar, kann er dann sein Material an info.jungle-drum.de schicken. Ich wiederhole nochmal, info.jungle-drum.de oder eben an info.detektai-junemann. Oder auch bei der Facebook-Seite posten. Oder auf die Facebook-Seite gucken, genau. Alles klar. Ja, dann sind wir soweit durch für heute. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Wie immer, natürlich. Ja, dann hat es uns also beiden Spaß gemacht und Ihnen, liebe Hörer, hoffentlich auch. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles klar, Tschüss an die Zuschauer. Tschüss, Josh. Zuschauer, Tschüss, Josh. Zuschauer, Tschüss, Josh. Zuschauer, Tschüss, Josh. Zuschauer, Tschüss.